So halli hallo hallöle zu einem weiteren Video von On the Road. Eine kleine Erklärung und zwar du hast dein LKW auf die Seite gelegt. Dies ist kein Problem. Du kannst nämlich mit der Taste F9 das Fahrzeug einfach zurücksetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und lasst ein Abo da und vergesst nicht die Geido-Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst.